Nicht nur eine Inspiration für Dune, nein auch für viele andere Filme zuvor. Ein zeitloses Meisterwerk aus der goldenen Ära Hollywoods und endlich wurde dieses Jahr das Epos von David Lean nochmal neu im 4-Cast-D-Book ausgewertet. Warum diese UAD-Disc in eure Filmsammlung gehört, das erfahrt ihr im Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Lawrence von Arabien ist einer dieser alten Klassiker, über die man irgendwann mal als Filmfan stolpert. Es ist ein besonderes Stück Filmkunst mit wunderschönen Aufnahmen von Sanddünen und der Wüste, die ihresgleichen suchen. David Lean hat uns ein Epos geschaffen und erzählt in großen Bildern die Geschichte von E.T. Lawrence und den Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit. Ich denke, viel mehr muss ich zu diesem Werk gar nicht erzählen, denn die meisten von euch kennen diesen Klassiker. Wer diesen Streifen noch nie gesehen hat, lasst euch sagen, es ist ein Film, den man mindestens einmal im Leben gesehen haben muss. So viel dazu. Schauen wir uns die Bildqualität genauer an. Wenn man sich das Ausgangsmaterial anschaut, dann wird klar, dass schon damals, 1962, das beste analoge Filmmaterial genommen wurde, was David Lean zur Verfügung stand. Der Streifen wurde auf 65 mm gedreht und dieser analoge Film kam bereits für andere große Monumentalwerke zum Einsatz. Das ganze Material wurde dann in 8K gescannt und selbstverständlich wurde hier ein 4K-DI erstellt. Somit besitzt diese UHD-Disk eine native 4K-Auflösung. Ich kann es gleich vorweg sagen, Lawrence von Arabien ist eine Referenzscheibe. Was man hier an Bildqualität und Details sehen kann, ist unglaublich. Mir ist regelrecht die Kinnlade heruntergefallen, denn kaum zu glauben, dass der Streifen schon über 60 Jahre alt ist. Viele Aufnahmen wirken so, als seien sie erst gestern gedreht worden. Das Filmkorn ist da und sieht dank dem 8K-Scan unglaublich gut aus. Auch das Breitformat von 65 mm kommt hier voll und ganz zum Tragen. Es wirkt in vielen Momenten so, als würde man eine frische, analoge Filmrolle angucken. Absoluter Wahnsinn. Was sehr erfreulich ist, der Streifen wurde auch auf zwei Rolllinge gepackt, um den langen Epos mehr Platz zu geben, damit die Datenrate den gesamten Film über stabil bleibt. Das ist bei einem fast 4 Stunden Werk auch dringend nötig. Ein weiteres und wichtiges Highlight sind die Farben. Als erweiterten Farbraum erhalten wir HDR10 und Dolby Vision in Rack 2020. Auch hier kann ich nur das größte Lob aussprechen. Die Farben kommen knackig und satt rüber. Ob der blaue Himmel, die roten, weißen und schwarzen Gewänder oder einfach die Abstufung der Braun- und Beigetöne in der Wüste. Alles sieht glorreich und atemberaubend schön aus. Die Schwarzwerte sind perfekt gemastert worden und durch den Kontrast gibt es immer wieder mal eine großartige Tiefenwirkung. Die Hauttöne wirken allerdings oft bräunlicher, aber irgendwie passt es auch zum Wüstensetting. Also kein Kritikpunkt für mich. Kommen wir gleich zu den Beispielen. Im ersten 4K-Screenshot könnt ihr Lawrence und einen Einheimischen, der ihn durch die Wüste führen soll, in einer totalen Seen. Das UHD-Bild zeigt uns eine großartige und feine Körnung und offenbart schöne Details an den Felsen sowie in der Ferne. Linien und Konturen wirken noch mal schärfer. Der Farbraum ist einfach wundervoll. Das Blau im Himmel wird satt dargestellt und der Sand und auch die Felsformation sieht natürlich aus. Hier werden viele Abstufungen in der Landschaft erkennbar. Im Vergleich nun die Full-HD-Scheibe. Das Bild ist per se nicht schlecht, da es auf dem gleichen Mastering basiert, aber das Filmkorn wirkt etwas weicher. Vor allem fehlt es den Farben an Leuchtkraft und Dynamik. Die Tiefenwirkung ist schwächer und die Abstufung im Sand oder an den Felsen sucht man vergebens. Der Farbraum wirkt insgesamt flach und verwaschener. Im direkten Vergleich fallen die Unterschiede sicherlich noch mal auf. Achtet noch mal auf den Himmel, den Sand, die Felsen und auf unsere zwei Reiter. Das UHD-Bild ist eine Augenweide, kontrastreich, cineastisch und einfach in allen Bereichen besser. Im zweiten Ficker-Screenshot könnt ihr einen Zeitungsausschnitt vom Chicago Daily Courier sehen. Auch hier offenbart das UHD-Bild die bessere und feinere Struktur des Filmkorns und somit wirkt die Schritte schärfer und die Linien klarer. Durch das HDR hebt sich die schwarze Tinte auch besser vom weißen Papier ab. Auch der braune Schreibtisch wird kräftiger betont. Der Kontrast ist mal wieder besser und dynamischer. Im Vergleich nun die 1080p Blu-Ray. Auch hier ist das Bild nicht schlecht, aber wenn man einmal in den Genuss vom 4K-Bild gekommen ist, dann will man nicht mehr zurück. Die Schrift und Linien wirken weicher und die Farben sind mal wieder verwaschener. Auch hebt sich die schwarze Tinte nicht mehr so gut vom weißen Papier ab. Das UHD-Bild ist ganz klar vorzuziehen. Zusammenfassend kann ich festhalten, dass Lawrence von Arabien noch nie besser aussah und dem Erlebnis eines echten Kinofeelings von damals sehr nahe kommt. Wie gesagt, das Gefühl eine echte 65mm Rolle anzugucken ist vorhanden und Filmkorn und Farben sind ein optischer Leckerbissen. Allerdings sei noch kurz ein kritisches Wort zum Transfer gesagt. Nun ja, es gab ein paar sehr wenige Shots, in denen wohl ein Rauschfilter zum Einsatz kam und das Bild hier und da etwas softer wirkte. Aber das fällt so gut wie gar nicht auf und trübte für mich das Erlebnis zu keiner Sekunde. Für mich ist Lawrence von Arabien in UHD ganz klar Referenzmaterial und darum gebe ich hier 10 von 10 möglichen Punkten. Wer mal wissen will, warum sich Restaurierungen von alten Klassikern lohnen, der sollte zu dieser 4K-Scheibe greifen. Kommen wir nun zum Ton. Hier dürfen wir Heimkino-Fans uns über ein paar sehr schöne Upgrades freuen. Für den O-Ton gibt es zum ersten Mal eine Dolby Atmos Audiospur und für den deutschen Ton erhalten wir nun endlich einen DTS-HD Master 5.1 Mix. Konzentrieren wir uns zunächst auf den Atmos Sound. Dieser kommt im neuen Gewand daher und liefert uns in vielen Szenen eine unglaublich weite, dynamische, wuchtige und immersive Klangkulisse. Ich war sehr erstaunt, was hier alles rausgeholt wurde und steht teilweise den modernen Produktionen in nichts nach. Der Bass spielt in den wichtigen Szenen mal tief und druckvoll auf und ein Beispiel wäre natürlich die Explosion in den Kämpfen. Ansonsten, wenn Flugzeuge, Pferde oder Gewehrschüsse ertönen, dann klingt das ausgezeichnet. In den Kämpfen darf man sich auch über eine tolle Surround-Aktivität freuen. Von den 3D-Kanälen hören wir die Filmmusik, Flugzeuge, ein Sandsturm oder auch Hallgeräusche von oben. Es wurde sehr gut und sinnvoll in das Geschehen eingearbeitet und liefert eine weitere und tolle Dimension im Film. Auch die Stimmen ertönen zu jeder Zeit klar und sauber von vorne. Rundum, ich bin sehr begeistert von dem englischen Atmos-Ton. Wie sieht es denn jetzt mit dem deutschen Audio-Mix aus? Nun endlich wird der alte Dobby-Digital-Ton abgelöst und wir dürfen uns über einen offenen, räumlichen und dynamischen 5&1-Mix freuen. Insgesamt ertönt der Mix feiner und besser aufgelöst. Auch die Stimmen sind in diesem Mix sehr gut und klar zu verstehen. Ein Manko wäre der Bassbereich. Da der O-Ton so brillant und wuchtig klingt, enttäuscht der deutsche Ton ein wenig. Hier fehlt es in den Kämpfen dann doch etwas an Tiefe und Druck. Ich gebe dem O-Ton eine Gesamtwertung von 10 von 10 möglichen Punkten. Nicht weil es Referenzmaterial ist, sondern weil gefühlt alles unternommen wurde, den Ton bestmöglich aufzumotzen. Und das ist Columbia Pictures absolut gelungen. Der englische Ton ist für so einen alten Klassiker ein wahrer Genuss und beweist einmal, was alles möglich ist. Unglaublich gut. Der deutsche Ton kann zwar nicht ganz mitziehen, aber auch hier macht der neue 5&1-Mix vieles besser als der alte Dobby-Digital-Sound. Ich gebe dem deutschen Ton daher 8 von 10 möglichen Punkten. Ein Upgrade zur alten Blu-Ray ist ganz klar zu vernehmen. Wenn euch solche Kritiken zur 4K UHD Blu-Rays gefallen und ihr physische Medien sammelt, dann abonniert gerne den Kanal und teilt es mit Freunden und Bekannten. Aktiviert auch gerne die Glocke, somit verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Machen wir weiter mit dem Bonus-Material. Hier wurden die altbekannten Behind-the-Scenes und Featurettes von der 2012 Blu-Ray übernommen. Hier befinden sich Interviews mit Scorsese, Pollack und Spielberg, aber auch eine Dokumentation über die Dreharbeiten und Produktion des Films. Dann gibt es noch ein ausführliches Interview mit dem Hauptdarsteller Peter O'Toole, wo er seine Eindrücke und Anekdoten zum Film erzählt und noch vieles mehr. Insgesamt beläuft sich alles auf eine Länge von etwa 4 Stunden an Extras und dürfte für Fans keine Wünsche offen lassen. Wenn man sich mit dem Making-of und so weiter befasst, dann wird einem bewusst, wie unglaublich wichtig und wertvoll dieses Werk für die Filmgeschichte ist. Natürlich gebe ich den Extras 10 von 10 möglichen Punkten, denn es ist toll, dass alles seinen Weg auch auf diese neue Edition gefunden hat. Als Verpackung könnt ihr hier das Fika-Stilbook von Lawrence von Arabien sehen. Auf der Front sehen wir eine wunderbare Illustration von Hauptcharakter selbst, wie er auf einem Kamel durch die Wüste reitet. Dabei ist alles in sehr kräftigen und warmen Farbtönen gehalten. Der Druck ist in Hochglanz und wirkt von seiner Qualität erstklassig. Auf der Rückseite sehen wir mittig nur ein Dolch auf rotem Hintergrund. Das Motiv ist okay, aber etwas anderes hätte mir hier besser gefallen. Im Inneren sehen wir dann die vier bedruckten Scheiben und zeigen hier tolle Artworks. Was mir hierbei nicht gut gefällt, ist, dass die Rohlinge aufeinander gestapelt sind. Somit sind sie anfälliger für Kratzer. Ein Imprint gibt es außerdem nicht. Nach wie vor ist es allerdings schade, dass es keine normale 4K-M-Ray von dem Film zu kaufen gibt, denn teilweise ist das Dealbook schon vergriffen. Ich glaube Saturn und Mediamarkt haben noch ein paar Exemplare in ihrem Sortiment. Also schnell sein lohnt sich. Und zuerst gab es den Streifen auch nur in der limitierten Columbia-Box, die aktuell noch zu Mondpreisen zu bekommen ist. Und danach hatte Sony mit uns Erbarmen und eine Erstauflage dieses Steelbooks herausgebracht. Diese Edition war leider relativ schnell in Deutschland ausverkauft und Play on Pictures hat da nun nachgelegt und ich bin sehr dankbar dafür. Endlich bekam ich die Gelegenheit, diesen Film zu einem vernünftigen Preis zu kaufen. Ich gebe diesem Steelbook eine Gesamtwertung von 8 von 10 möglichen Punkten, denn das Backmotiv sowie die Lagerung der Scheiben missfällt mir etwas. Was kann ich noch zum Film Lawrence von Arabien sagen? Es ist ein unglaubliches Wüstenepos mit einer wundervollen Kameraarbeit und großen Emotionen. Die 4K-Auswertung kann nicht anders als atemberaubend bezeichnet werden. Das Mastering sieht unglaublich gut aus und liefert eine Schärfe und Farben, die ganz klar Referenzmaterial abliefern. Auch schön, dass der Ton in beiden Sprachen aufgemotzt wurde und einen Mehrwert bietet. Ihr könnt es euch sicherlich denken, selbstverständlich spreche ich für diesen Hollywood-Klassiker in UHD eine klare Kaufempfehlung aus. Es ist die beste Version des Films und ich denke das Maximum wurde nun erreicht. Man braucht keine weitere Version des Films. Insgesamt gebe ich Lawrence von Arabien in 4K eine Gesamtwertung von 10 von 10 möglichen Punkten. Nicht, weil alles perfekt ist, aber ich war vom Bild und vom englischen Atmos-Ton so positiv überrascht, dass ich von dieser Veröffentlichung regelrecht begeistert bin. Es ist ein Film, der zeigt, warum sich ein Upgrade in 4K lohnen kann und wie es richtig gemacht wird. Sony Pictures hat bewiesen, wie es gehen kann. Jetzt seid ihr gefragt, wie fällt eure Meinung zu diesem Klassiker aus? Mögt ihr solche langen Werke? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wer noch mehr Lust zu Fika Blu-Ray Kritiken zu alten Klassikern hat, der kann gerne auf eines dieser Videos klicken oder geht direkt auf meinen Kanal. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin macht es gut und bleibt gesund, euer Disflüsterer. Bis dahin macht es gut. Bis dahin. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017